Wer ist Charles Morton? Das ist mein Pseudonym. Warum schreiben Sie Wonder Woman nicht unter Ihrem richtigen Namen? Weil die meisten Amerikaner eine schlechte Meinung von Comic-Autoren haben? Oder woran liegt es? Ein Mensch ist dann am glücklichsten, wenn er einer liebevollen Autoritätsperson ergeben ist. Ich will sie studieren. Sie wird dir das Herz brechen. Du wärst nicht eifersüchtig. Ich bin deine Frau, nicht dein Gefängniswärter. Ich denke, du sehnst dich nach einem unkonventionellen Leben. Vielleicht begehr ich sie nur, weil du sie begehrst. Glaubst du, es ist möglich, zwei Menschen gleichzeitig zu lieben? Warum nicht? Das ist schon normal. Das wird nie passieren. Die Welt lässt es nicht zu. Die Welt kann uns nicht aufhalten. Ist es das, was du wirklich willst? Dr. Marston, jede Ausgabe von Wonder Woman ist voller Gewalt, Folter und Sadomasochismus. Dieses abnormale Verhalten in ihren Comics ist rücksichtslos. Man darf einer Frau nicht vorschreiben, wie sie ihre Freiheit nutzt. Sie muss es allein herausfinden. Wenn du die Gedanken einer Frau verstehen willst, kannst du jetzt damit anfangen. Du bist fantastisch. Du bist fantastisch, reinen Herzens, urkomisch und wild. Du bist mein Leben. Die Identität von Wonder Woman ist dein Geheimnis. Sie muss ihr wahres Ich vor der Männerwelt verstecken. Was würde passieren, wenn die geheime Identität von Wonder Woman enthüllt wird? Es wäre alles verloren. Ich frage mich, ob Sie der mit der geheimen Identität sind. Die Identität von Wonder Woman istinterest und scheinbar. Die Identität von Wonder Woman scenen